Moin meine lieben Serienfreunde! Na, erinnert ihr euch noch an Tabu, die herausragende Serie mit Tom Hardy? Wahrscheinlich, sonst hättet ihr nicht auf dieses Video geklickt, oder? Es gibt nun endlich ein Update zur längst angekündigten zweiten Staffel. Und dieses Update erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Mein Name ist Ran, das hier ist Serienflash und jetzt geht's los. Ja, meine lieben Serienfreunde, Tabu. Die herausragende Serie mit Tom Hardy erzählt uns in der ersten Staffel von einem Mann, der aus Afrika zurückkehrt, um den Tod seines Vaters zu rächen. Er legt sich mit der East Indian Company an, die das Unternehmen, ein Landgut seines Vaters, erwerben möchten. Und er sich aber dazu entscheidet, sein eigenes Ding zu machen. Und das mit jeder Menge gegen wer? Und im Gepäck ein paar gestohlener Diamanten. Diese Serie startete bereits vor fünf Jahren und stammt von der BBC und FX, beziehungsweise eigentlich von Showrunner Steve Knight, den Mann hinter Peaky Blinders, der gemeinsam mit Tom Hardy an der Serie einst arbeitete. Als die Serie damals startete, wurde sie enorm positiv aufgenommen, weshalb BBC und FX sich recht schnell dazu entschieden, eine zweite Staffel zu bestellen. Doch aus dieser zweiten Staffel ist bis heute nichts geworden. Und anscheinend gibt's auch noch kein Drehbuch. Denn im letzten Jahr hieß es von seitens Tom Hardy noch, dass man noch mit Ideen spiele. Man schaut noch, wo könnte es denn hingehen in einer zweiten Staffel. Erzählt man eine Vorgeschichte? Erzählt man wirklich eine direkte Sequel-Story? Oder was macht man damit? Nun ist zwar immer noch nicht klar, worum es sich in der zweiten Staffel drehen wird. Allerdings ist wohl nun klar, dass man nach wie vor die zweite Staffel umsetzen will. Steven Knight, der Showrunner, war nämlich kürzlich auf der Creative Cities Convention in Birmingham und hat dort auch über Tabu Staffel 2 gesprochen. Zum einen sagte er, dass diese zweite Staffel bisher nicht umgesetzt werden konnte, weil die Zeitpläne es einfach nicht zugelassen haben. Tom Hardy war in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt, genauso wie Steven Knight, der aktuell am finalen Film zur Peaky Blinders Serie arbeitet und noch ein paar andere Projekte in petto hat. Er sagte aber auch, dass er und Tom Hardy nach wie vor daran interessiert sind, das Projekt umzusetzen und auch anscheinend ein paar Gewerke hinter den Kulissen sehr daran interessiert sind, in welche Richtung die gehen werden. Er möchte aber eine gute zweite Staffel machen, denn die erste hat er wohl sehr genossen, laut seinen eigenen Aussagen. Jetzt ist das natürlich alles noch recht schwammig. Allerdings hat er zumindest einen ungefähren Zeitraum genannt, wann die Dreharbeiten starten könnten. Er sagt Ende nächsten Jahres, also Ende 2023, womit die Serie dann eventuell 2024 auch startet. Das ist natürlich noch nicht klar, aber ich als Fan der Serie nehme natürlich alles, was ich kriegen kann an News zu dieser sehr späten Fortsetzung. Ich meine, das sind dann sieben Jahre. Die müssen ja irgendeine Zeitversetzung einbauen. Entweder wirklich ein Prequel erzählen oder sieben oder zehn Jahre später. Was fändet ihr besser? Schreibt es mal gerne da unten rein. Ich wollte euch auf jeden Fall dieses Update in einem extra Video machen, damit man das auch besser findet, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn jetzt mit Tabu Staffel 2? Und damit können wir auch schon wieder enden, denn mehr Infos gibt es leider noch nicht, aber immerhin jene, die ich euch genannt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Cheerio.